Werden Sie uns helfen, diesen Film zu verburken? Clarice, ich weiß, dass Sie noch nicht geschlafen haben, als Ihr Vater die Gurken in der Küche geschält hat. Sie kannten Ihre verzweifelten Schrei hören, als Sie in mundgerechte Scheiben geschnitten wurden und in Mayonnaise ertrinken. Bis heute können Sie keinen Salat essen. Sie sind ein Fleischtiger, wie ich. Dabei wünschen Sie sich nichts seliger als die Befriedigung durch einen knackigen Gurkensalat. Don't bust it. Cue it.